Samstag. Was ist heute? Keine Bundesliga. Aber trotzdem gehen wir raus. Ich habe heute mein schönstes Shirt angezogen. Schwarz-Gelb. Josef, liebe Grüße. Wir haben die ganze Woche drinnen Sport gemacht und heute gehen wir mal raus. Heute machen wir einen Ausdauersport. Folgendes will ich euch dazu sagen zum Ausdauersport. Lauft lieber langsamer und länger. Versucht so zu laufen, wenn ihr keine Pultuhr habt und Anfänger seid, dass ihr beim Joggen euch unterhalten könnt. Level 1 läuft heute 20 Minuten. Level 2 40 und Level 3 die Profis 60 Minuten am Stück. Wer das nicht durchhält, am Stück zu laufen, kann auch folgendes machen. Eine Minute Joggen, eine Minute Gehen. Eine Minute Joggen, eine Minute Gehen. Das ist ein guter Trainingsplan, auch um nochmal reinzukommen. Dann ist man in 20 Minuten 10 Mal eine Minute gelaufen, 10 Mal gegangen und das kann man gut schaffen. Wenn man das mal so 2-3 Wochen macht, kann man nachher auch 20 Minuten durchlaufen. Beim Laufen zieht euch nicht zu warm an, dass ihr so schwitzt, aber bei den Temperaturen vielleicht eine Mütze oder ein Stirnband ist immer noch gegeben. Lauft zu zweit in der Familie, haltet Abstand. Wir sind noch nicht über den Berg, also weiterhin alle Maßnahmen, die wir einhalten müssen, haltet die bitte ein. Bleibt gesund. Nächste Woche machen wir etwas über Ernährung. Dann machen wir eine Ernährungs-Challenge. Ich hoffe, die 6 Tage haben euch Spaß gemacht und ihr habt was mitgenommen. Wenn ja, schreibt mir, würde mich freuen. Und das ganze Team Atlantis vermisst euch und wir sehen uns wieder. Bis dahin, alles Gute, liebe Grüße, Andi und das Atlantis.